Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Karawan in Dingesbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich ein kleines spezielles Video über eine bestimmte Toilette, wo ich so ein bisschen näher darauf eingehen möchte, auf die Einbausituation, was da alles möglich ist, was man da alles damit machen kann, warum die Toilette eigentlich sehr interessant ist und welche Vorteile sie hat, auch welche Nachteile eventuell. Das Ganze möchte ich mit euch mal durcharbeiten und deswegen machen wir heute dieses kleine spezielle Video. Liegt auch daran, weil Markus, Fan4Van natürlich gestern, auch ein ganz ganz tolles Video herausgebracht hat, über die verschiedenen Arten von Toiletten, von Verbrennungstoilette über die C1, über eine Trockentrenntoilette, die herkömmliche Kassettentoilette, was es da alles gibt. Und ich möchte aber nochmal speziell so ein bisschen auf die C1 eingehen und weil da doch ein paar Kunden heute auch bei uns angerufen haben, ist es bei uns möglich, findet man da eine Lösung. Und da möchte ich dazu noch ein paar Sachen sagen und euch mal die Funktionsweise nochmals im Detail genau zeigen. Und das machen wir jetzt zusammen. So, letztlich ist es natürlich immer eine Sache des eigenen Geschmackes. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Thema, da eine Toilette natürlich ein ganz spezielles Thema ist. Da gibt es natürlich alle Arten von Menschen, die den einen oder anderen Vorzug genießen möchten, das ein oder andere haben möchten, sich leisten möchten oder auch nicht. Deswegen auch gleich im Vorfeld. Es ist kein Video, wo eine Empfehlung daraus entstehen soll oder wo ein, wie soll ich das jetzt ausdrücken, eine Klassifizierung einer Toilette darstellen soll, weil ich der Meinung bin, dass jeder für sich herausfinden muss, welches ist denn spezifisch für ihn die richtige Toilette? Es gibt Menschen, die sind von einer Trockentrenntoilette so überzeugt, die könnten sich nichts anderes vorstellen, was auch gut so ist. Und ich bin auch froh, dass es so ist, denn sonst hätten wir ja alle die gleiche Toilette. Auch gibt es Menschen, die möchten unbedingt eine Verbrennungstoilette haben. Ich gehe jetzt überhaupt nicht auf das wirtschaftliche Kostenthema ein, weil auch das ist ja sehr individuell. Was für den einen teuer ist, ist für den anderen vielleicht günstig. Was für den einen günstig ist, ist für den anderen unvorstellbar. Also von dem her muss das jeder für sich entscheiden und nur jeder für sich kann sich für sich das Urteil bilden, das ist für mich die richtige oder das ist für mich die richtige. Und sicherlich sind da gravierende Unterschiede von den Einbaukosten oder den Einbauten, weil müssen wir gar nicht lang drum herum reden. Eine Verbrennungstoilette hat natürlich einen ganz anderen Preis in der Anschaffung, in der Verbauung, sowie aber auch im Verbrauch. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Menschen, die möchten definitiv nichts anderes haben. Und ich finde es auch wirklich top, weil auch diese Toilette hat ihre Berechtigung. Nicht für jeden, überhaupt kein Thema, aber halt für denjenigen, der sich das leisten möchte. Es gibt Menschen, die trinken ein Glas rein oder eine Flasche Wein, da kostet die Flasche Wein 500 Euro und ein anderer wird sagen, bist du wahnsinnig für 500 Euro, mache lieber das und jenes, aber wird bestimmt nicht die Flasche Wein für 500 Euro genießen. Wobei es für denjenigen, der das tut, schon ein sehr hoher Genuss ist und ihm ist es eben einfach diese 500 Euro wert. Zurück zum Thema, jedem ist dieses Scheißgeschäft. Eben was anderes wert. Und darum hat es eben Glesana verstanden, eine neue Toilette auf den Markt zu bringen, die einfach eine, ich möchte mal sagen, ganz große Berechtigung hat. Warum hat sie die große Berechtigung? Die C1 von Glesana, weil sie ökologisch wesentlich attraktiver ist gegenüber einer Chemie Toilette. Immer darauf achten. Und es gibt eben auch die Menschen, die keine Trockentrohentoilette haben möchten. Und da hat die C1 absolute Vorteile, denn sie ist in der Autarkie unschlagbar. Absolut, weil, erkläre ich euch gleich, sie hat keinen Wasserverbrauch. Auch das ist phänomenal. Sie hat definitiv den Platz, wie auch jede Kassettentoilette benötigt. Also sie braucht nicht mehr und nicht weniger. Sie ist quasi in Anführungszeichen mit verschiedenen Einbausituationen abgesehen. Fast eins zu eins austauschbar. Und das sind schon Punkte, wo toll sind. Und nochmal ganz kurz zum CO2-Abdruck, zu diesem sominanten CO2-Fußabdruck, damit wir da mal einen vergleichbaren Begriff haben. Weil in meinem ersten Video, wo ich auf der Düsseldorfer Messe gemacht habe, kamen ja gleich so Skeptiker wie Folienverbrauch und hin und her. Klar, ich sage nochmal, ist auch überhaupt keine Wertung, aber immer das Ganze betrachten. Nicht nur das eine. Und wenn wir jetzt mal, da habe ich einen kleinen Spickzettel, angucken für den CO2-Fußabdruck, der ja maßgeblich ist für die Umwelt. Zum Beispiel bei fünf Toilettengängen ist vergleichbar mit ein Glas Wein oder zwei Flaschen Bier. Oder 1,4 Kilometer mit einem Fiat Ducato Camper fahren. Wenn man das jetzt so sich durch den Kopf gehen lässt, muss man schon sagen, wie schnell trinkt man mal zwei Flaschen Bier oder ein Glas Wein. Oder fahren 1,4 Kilometer mit unserem Fiat Ducato. Also wenn wir umweltbewusster sein wollen, dann müssten wir natürlich in vielen, vielen Punkten ganz andere Themen veranschlagen. Und darum ist das ein Thema, wo ich hier aktuell auch gar nicht so groß drauf eingehen möchte, sondern eben einfach wirklich nur auf die Vorzüge von den einzelnen Toiletten. Und heute ist eben einfach mal die C1 dran, weil ich glaube, dass die wirklich ganz große Berechtigungsthemen hat. Und ich selber, für meine Person, muss auch sagen, für meinen Einsatzbedarf, wo ich das benötigen werde, finde ich die eigentlich ideal für mich. Und warum, erkläre ich euch jetzt direkt an der Toilette. Schauen wir uns das ganze Teil mal näher an. Hier haben wir sie stehen. Und jetzt möchte ich erst mal zum technischen Detail von der Toilette ein bisschen was dazu sagen. Also das ist die Toilette C1 von der Firma Glissana. Zum einen ist sie genauso schwenkbar wie die meisten Kassettentoiletten. Die hier jetzt zum Beispiel ist letztlich durch diesen Sockel fast freistehend. Also kann man rundum drehen und so positionieren, dass er eigentlich ohne Probleme ins Fahrzeug passt. Genauso gibt es dazu aber noch einen anderen Adapter. Man nennt es L-Adapter. Das heißt, hier hinten geht dann noch die Blende hoch. Die ist dann der Anschluss zu der herkömmlichen Kassettentoilette. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, haben wir ja in den Fahrzeugen eine normale Kassettentoilette verbaut. Jetzt gehen wir hier gleich mal in den Tournee. Und wenn wir hier reingucken, haben wir ja hier hinten immer den Sockel, wo ja die Kassette drin ist. Und das ist natürlich technisch kein Problem, hier dann diesen Adapter anzuschließen. Das heißt, der L-Adapter geht via Blende dann vor die Aussparung nach unten, nach vorne und da sitzt dann letztlich die Toilette drauf. Dann haben wir außen zwar das Staufach noch drin, was durchaus auch noch nutzbar ist. Und zwar kann man das dann, wenn man das möchte, nutzen, zum Beispiel für diese Päckchen an Tüten aufzubewahren, weil die passen da noch schön rein. Ansonsten ist es natürlich nicht mehr von großen Nutzen, weil man da gar nicht mehr ran muss. Im technischen Bereich ist es so, dass die Wasserleitung, die da drin ist, dann stillgelegt werden muss. Und wir machen da immer einen Stopfen drauf, versiegeln dann das Ganze, damit da wirklich kein Tropfen Wasser mehr rauskommt. Und somit ist das ganze Thema dann aber auch erledigt. Eine Besonderheit hat die Toilette. Das ist dann auch der Grund, warum man einen Einbau vornehmen muss und warum der dann auch manchmal ein bisschen dauern kann. Weil wir haben hier hinten ein dickeres Kabellin. Hier haben wir das Ganze. Ihr seht, das ist schon ein ganz schönes fettes Kabel. Warum haben wir das ganze Kabel? Weil wir hier drin eine Schweißeinheit haben, die kurzzeitig für den Schweißvorgang ca. 30 Ampere schluckt. Das Ganze schaut so aus. Das hier ist die Schweißeinheit. Und die fährt ja zusammen. Und somit brauchen wir die Erhitzung für ein paar Sekunden, damit auch diese Folie richtig schön zusammengeschweißt wird. Und wenn das dann vonstatten ist, ein paar Sekunden, ist der Strombedarf natürlich da, wo man da braucht. 30 Ampere ca. Und dafür brauchen wir halt ein bisschen fette Leitung. Jetzt muss man dann natürlich die ganze Leitung einmal von der Batterie, von der Aufbaubatterie nach vorne in das Batterie, in das Toilettenfach legen und sauber verarbeiten. Und dann natürlich auch noch ein Relais einbauen, damit nicht permanent diese 30 Ampere hier anlegen, sondern da kommt ein Schaltrelais rein. Warum kommt ein Schaltrelais rein? Das sage ich euch jetzt gleich. Kleinen Moment. Jetzt brauchen wir mal hier die Spülung, weil wir ja hier dieses Display haben. Und wenn wir hier drauf drücken, klack, dann löst das Relais aus, lässt den Strom durch und somit wird dann der Schweißvorgang ausgelöst. Und das ist eigentlich alles. Und das muss natürlich schon fachmännisch angeschlossen werden, weil 30 Ampere ist nicht ganz. So, von der Grundtechnik her haben wir jetzt hier genau diesen Ring, den man einfach hier entfernt. Und über diesen Ring hier wird der der Folienpack hier, ich nenne es immer Folienpack, drüber gestülpt, damit der sauber da drüber liegt. Und dann wird der ganze Ring wieder eingesetzt. Dann zieht man ungefähr drei Faltengänge nach oben raus, stülpt das alles nach unten rein und nimmt den ersten Schweißvorgang vor. Dann ist die Tüte fix. Einsatzbereit und das Geschäft kann beginnen. Dann kann man hier sein ganzes Geschäft erledigen und man drückt natürlich wieder auf den Knopf. Hier haben wir zwei Knöpfe, einen kleinen Kreis und einen großen Kreis. Der kleine für das kleine Geschäft, der große Kreis für das große Geschäft. Natürlich, weil hier beim großen nicht nur das etwas größere Geschäft, sondern natürlich auch Toilettenpapier, Feuchttücher oder was auch immer alles mit drin ist. Und dementsprechend bestimmt es dann die Länge der Folie, wo benötigt wird. Und zu guter Letzt, wenn man das möchte, drückt man da hinten auf die Schere und dann wird es natürlich fein säuberlich abgetrennt und fällt nach unten in diesen Behälter rein. Hier nehme ich dann die Tüte raus oder lasse sie auch noch drin liegen, ganz egal. Und das war's. Letztlich habe ich aber jetzt den Vorteil, da die Tüten aus dem medizinischen Bereich kommen und absolut geruchsneutral sind und da nichts durchkommt, weder Flüssigkeit noch sonst was, und auch sehr robust sind, von der Haltbarkeit her, kann ich die jetzt, wenn ich autark unterwegs bin, einfach in den Klappkorb legen, in eine Gitterbox legen und stelle die hinten in meine Garage rein, auch nicht durchsichtig sind. Somit sieht man auch das ganze nicht. Bis ich zur nächsten Restmülltonne komme, Hausmüll oder Restmülltonne, schmeiße ich da rein und dann wird das ganze der Müllverbrennung zugeführt und verbrannt, restlos, rückstandsfrei verbrannt. Im Prinzip dann auch wie in der Cinderella Verbrennungstoilette. Und das hat einen ganz ganz gewaltigen Vorteil in der Autarkie, weil die Tüten hier drin, die kann ich sammeln, das ist überhaupt kein Problem, die stören mich nicht. Gitterbox und nächste Restmülltonne und da begegnet mir viel, wenn man unterwegs ist, von den Restmülltonnen, wo man die auch reinschmeißen und entsorgen kann. Und somit bin ich immer autark. Ich muss nicht stundenlang Entsorgungsstationen aufsuchen oder Sonstiges. Das Ganze kommt aus dem medizinischen Bereich, ist nicht nur klinisch sauber, sondern auch hygienisch wirklich sauber. Es ist einfach absolut hygienisch und hat eben damit eine echte große Errungenschaft. Ich muss nicht viel putzen, weil hier ist immer überall Plastiktüte, wo da drin ist. Und ja, somit ist das Teil im Einsatzbereich eigentlich sehr groß von Vorteil. Jetzt kommt ab und zu die Frage, diese Schweißeinheit, ja, wie lang hält denn die, was kostet denn die, wie oft muss man die austauschen und so weiter. Also, ich sage jetzt einfach einmal, für Wohnmobilisten, die ihren Urlaub da drin verbringen, drei Wochen im Jahr, vielleicht nochmal zusätzlich zwei Wochen im Jahr und vielleicht nochmal zehn Wochenenden im Jahr, hält dieses Teil ewig. Aber nichtsdestotrotz ist sie einfach zum Ausklipsen und Austauschen. Kostet, ich müsste jetzt lügen, ich will jetzt hier keine Preise nennen, es ist aber wirklich nicht schlimm, ein paar Euro und dann kann man die Schweißeinheit ausklipsen, neu einklipsen, fertig, erledigt. Auch kann man die natürlich immer mit auf Fahrt nehmen, dass man einen Ersatzschweißteil hier dabei hat, damit auch wirklich nichts passiert. Also, das ist überhaupt kein Problem. Die Mechanik ist weitaus erprobt, also, dass hier an dieser Mechanik, an dem Zusammenführen, was kaputt geht, also, klar, kann mal immer was passieren, glaube ich aber eher nicht, weil dann immer die Frage ist, ja, wenn ich dann unterwegs bin und dann kriege ich keinen Ersatzteil, ja, kann natürlich in 0,01 Prozent der Fälle passieren, aber es kann auch der Fiat-Motor kaputt gehen und dann steht man auch rum und hat nicht gleich ein Ersatzteil dabei und kann sofort weiterfahren. Dann muss man wohl oder übel mal die öffentliche Toilette aufsuchen, aber in der Regel passiert da eigentlich nichts. Und in der Kassettentoilette kann auch etliches kaputt gehen. Habe ich schon oft erlebt, dass diese Wasserpumpe da drin kaputt geht, wo es Wasser immer zum Spülen nutzt oder der Taster kaputt geht. Ja, und dann kann man auch nicht mehr auf die Toilette, weil auch dieses Ersatzteil kann man in Kroatien, in Spanien oder sonst wo nicht in 24 Stunden einfach so wieder sich besorgen. Von dem her, glaube ich, muss man sich da absolut keine Sorgen machen. Im Gegenteil, da ist man hier schon echt gut aufgestellt, weil wir hier halt wirklich absolut wasserfrei und neutral unterwegs sind. Und auch überhaupt nicht viel Technik drin ist. Also man muss ja vorstellen, es ist ja nicht viel, was da drin ist von der Technik her. Und somit kann natürlich auch gar nicht viel kaputt werden, undicht werden. Das nächste Thema, was oft als Frage kam, das Gewicht. Ich kann nur sagen, die Glissana C1 wiegt 14 Kilo und ist ein nicht allzu schweres Gewicht. Wenn wir jetzt vergleichen, eine Kassettentoilette, wo die Kassette dann ja mit der Zeit auch voll wird und ja immer wieder was drin ist und unsere Hinterlassenschaften drin sind, wie aber auch das ganze Wasser drin ist. Also muss ich sagen, nimmt sich das gewichtstechnisch gar nichts. 14 Kilo, finde ich, ist nicht schwer. Dafür fliegen ja etliche Kilo auch raus an der Kassettentoilette, weil die hat ja auch ein paar Kilo. Und eine Kassette in dem Sinn, wo sich füllt, haben wir nicht mehr. Also behaupte ich sogar, im vollen Gewicht, die bleibt ja bei 14 Kilo, ist die andere wesentlich schwerer. Und somit haben wir eigentlich eher eine Gewichtserleichterung wie eine Verschlechterung. In der Benutzung selber ist sie relativ einfach vom Handling her. Da kam auch öfter mal die Frage auf, muss ich denn nach jedem kleinen Geschäft immer gleich wieder neu verschweißen. Das wäre ja Verschwendung. Hier kann ich nur sagen, nein, muss man natürlich nicht. Denn es gibt diese Superabsorber, die kosten ein paar Cent. Und wenn ich ein kleines Geschäft erledigt habe, kann ich die zusätzlich da reingeben. Dann wird der Urin geleeförmig und ist auch geruchsneutral. Und dann kann man natürlich auch nochmals ein Geschäft drauf machen und es dann dementsprechend sich auch teilen. Und somit muss man nicht nach jedem mal Pipi machen gleich drücken, sondern man kann auch zweimal. Gerade nachts. Dann schmeißt man einfach so einen Superabsorber rein für ein paar Cent und dann gelitiert das Ganze und man kann dann nochmal drauf gehen und alles ist gut. Und dann kann man am nächsten Tag nur einmal spülen, also sprich einschweißen. Und dann hat man das auch gesparte erledigt und hat nicht nochmals extra eine Tüte verbraucht, sondern hat man halt ein bisschen was gespart. Kann man natürlich tun. Zum Zweiten, beim großen Geschäft finde ich den großen Vorteil, was ich bei einer Chemietoilette eigentlich nicht machen sollte. Und da oute ich mich jetzt mal. Ich bin zum Beispiel auch ein Feuchttuchbenutzer. Und das ist ja was, was man in der normalen Chemietoilette nicht so reinmachen soll, weil es zersetzt sich nicht. Und das kann auch die kleine Durchführung verstopfen. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, hier kann ich Feuchttücher nutzen, hier kann ich normales Klopapier nutzen. Hier kann ich sogar fünflagiges Klopapier nutzen, weil es gibt auch Menschen, die sind da ein bisschen, sage ich jetzt einfacher mal, verwöhnt. Und möchten gern ein fünflagiges und nicht nur das günstige Tedford zweilagig, wo man aufpassen muss. Und ja, egal. Und das ist auch hier der große Vorteil, weil hier kann ich auch die Feuchttücher und jede Art von Toilettenpapier und auch Damenhygienesachen reinschmeißen. Überhaupt kein Problem. Schweiß das Ganze ein, das Zeug ist weg. Ob das, nennen wir es einfach beim Namen, OB-Sinn oder Bindensinn, es ist wurscht. Auch dieses kann ich hier erledigen, denn es wird ja dann in der Müllverbrennung alles restlos verbrannt. Und das ist eben einfach das Schöne, dass es ja somit wieder dahin geführt wird, wo es vernichtet wird letztlich und rückstandslos verbrannt wird. Und eigentlich tue ich damit der Umwelt, ja, ich möchte schon fast sagen, mehr was Gutes gegenüber einer Chemietoilette. Weil ich eben schon mal weniger Wasser, keine Chemie und damit eigentlich schon sehr viel Gutes tue. Das zweite Einsatzgebiet für mich, für die Toilette, ist natürlich auch noch, und dazu kann man es auch nutzen, wenn man mal Essensreste hat. Ganz oft wird ja, man kocht, man ist Augenwahn größer wie der Hunger selbst und man hat ein bisschen was übrig, möchte es aber am nächsten Tag nicht machen, weil man weiterfährt, weil man am nächsten Tag eingeladen ist oder was auch immer. Wir kennen das alle. Auch diese kann ich hier reingeben und ich muss nicht extra eine Mülltüte zücken, wo ich einen Knoten reinmache und die Restmülltonne damit fülle, sondern auch das kann ich hier reintun, wird sauber, ordentlich verschweißt, läuft nicht aus. Und ich kann auch das aufheben oder dann in die Restmülltonne geben, überhaupt kein Problem, wo wir unseren normalen Hausmüll ja auch entsorgen und kann das dann dementsprechend auch mit einer kleinen Tüte dann dementsprechend vernichten und entsorgen. Und das hat schon alles gewichtige Vorteile meiner Meinung nach und hat der Toilette für mich einen guten Zuspruch besorgt, wo schon enorm ist. Die nächste Frage war, hat die Toilette oder kann an dieser Toilette ein normaler, handelsüblicher Sog angeschlossen werden? Tja, nein kann es natürlich nicht. Den Sog bauen wir aus. Der Sog ist ja auch dafür da, letztlich, wenn viele, verwenden ja auch die Kassettentoilette ohne Chemie und ohne Wasser und da sage ich, oder halt mit Wasser, ganz normal zum Spülen, aber ohne Chemie und allem und dann fängt da drin natürlich alles das Riechen an. Und wenn ich in dem Moment den Schieber aufmachen würde und kein Sog dran ist, dann habe ich natürlich die Geruchsbelästigung, indem der Geruch gleich nach oben steigt. Dafür ist eigentlich der Sog gedacht, dass der dann so ein kleines Vakuum-Sache jetzt einfach mal produziert und die Gerüche nach außen zieht und nicht im Fahrzeug verteilt. Das hier ist natürlich wie eine handelsübliche Toilette auch bei uns zu Hause. Und auch da haben wir keinen Sog. Wenn man zu Hause ist, muss man auch mal das Fenster öffnen nach dem Toilettengang und genauso ist es halt im Wohnmobil. Da haben wir alle eine Dachluge obendrauf, wenn man halt mal auf der Toilette war, macht man die Dachluge auf, lüftet einmal durch, dann ist der Geruch auch wieder heraus und nichts ist Großartiges passiert. Oder man hat sogar ein Fenster im Badezimmer, wo man dementsprechend aufmachen kann und dann ist es auch erledigt. Natürlich hat die Toilette hier auch einen kleinen Lüfter, das ist schon richtig, den haben wir hier, wo innen drin ein kleines Vakuum erzeugen soll, damit die Tüte natürlich sich dementsprechend dann nach außen so ein bisschen auffaltet. Dafür ist dieser Lüfter gedacht. Wir sehen ihn, wenn man da drin, seht ihr die Lüfterrädchen. Und dafür ist er gedacht, geht aber gleich nach außen und bläst es natürlich hier hinten wieder raus. Somit ist es kein Sog, sondern eben einfach nur, damit hier das Vakuum so ein bisschen aufgemacht wird. Ich kann nur eins dazu sagen, die Firma Glisana ist ein Unternehmen, wo super, super gut aufgestellt ist. Und tagtagtäglich an der Toilette weiterentwickelt, weiterarbeitet, weiter verbessert. Natürlich nicht in Form und in Gestalt, sodass ihr permanent was Neues kaufen müsst, sondern eben in Nachrüstung in der Qualität dieser Folien, die früher oder später wahrscheinlich auch aus, wie soll ich sagen, aus recyceltem Material sind, sodass sie sich auch verkompostieren nach einer gewissen Zeit. Das alles ist aber natürlich mit gewisser Entwicklungszeit mit zu verbinden. Und gleichzeitig wird auch hier weiterentwickelt. Vielleicht gibt es hier mal einen Einsatz bzw. eine Art Sog, wo wir dann dementsprechend mit nach außen führen können. Das wird alles im Nachrüstsatz oder in der Nachrüstung vielleicht alles noch ein großes Thema werden. Denn jedenfalls weiß ich, die Firma Glisana hat sich die Toilette nicht angetan, indem sie jetzt einfach das Ding hier auf den Markt schütten und dann ist Stillstand. Nein, hier wird wirklich immer weiterentwickelt. Hier wird es immer wieder was Neues geben. Und das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte. Und da freuen wir uns auch riesig drauf. Und da wird noch ganz viel passieren. Letztlich im Großen und Ganzen eine super schöne, wohlgeformte, platzsparende Toilette, die fast in jedem Wohnmobil ohne Probleme Einzug erhalten kann und Platz hat. Also das ist überhaupt kein Problem. Die nächste Frage war nämlich dann schon dahingehend, wenn Banktoiletten verbaut sind, ob man die dann auch einsetzen kann. Ja, kann man. Auch Banktoiletten können damit ersetzt werden. Man kann die Banktoilette rausmachen und man kann auch da die Glisana einbauen. Auch dafür gibt es schon Adapter bzw. entwickelt Glisana permanent und jeden Tag weiter für Lösungen. Und wenn wir dann auch noch unser Know-how dazubringen, haben auch wir immer wieder Lösungen parat, um euch da helfen zu können. Und da findet man auf alle Fälle immer einen guten Weg, um das Ganze vom Handling her gut zu schaffen. So, dann haben wir, glaube ich, alle Punkte in dem Punkt oder alle Punkte in dem Toilettenpunkt angesprochen. Der einzige Punkt, was noch fehlt, ist das Display. Das ist relativ einfach überschaubar und dieses Display, sage ich jetzt einfach mal, passt in fast allen Tedford-Ausschnitten. Wenn nicht, können wir auch nacharbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Dann kommt es eben einfach raus und wir arbeiten den Ausschnitt so ein bisschen nach. Der ist in einer Größenordnung, dass man immer nacharbeiten kann, um den dann einzusetzen. Und da sehe ich überhaupt keine große Schwierigkeit, überhaupt kein Thema, damit man dieses schöne Display dann sauber unterbringt und seinen Spülknopf sauber bedienen kann. Also das ist schon mal überhaupt gar kein Thema. Ich muss auch sagen, von der Bequemlichkeit her ist die Toilette einfach, ja, wie zu Hause. Einfach, wie soll ich jetzt sagen, gut zu besitzen. Die hat eine angenehme Höhe, denn sie ist etwas höher. Man sitzt sauber, ordentlich, also muss man sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem, hier sauber und bequem zu sitzen, wenn man sein Geschäft verrichtet. Hier nebendran habe ich die BioToy, eine Trockentrenntoilette. Ist natürlich ein ganz anderer Einsatzbereich. Auch die Toilette habe ich euch schon mal vorgestellt. Wenn wir die jetzt mal direkt vergleichen im Besitzen Aorux, dann ist das hier schon eine sehr kleine Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Und ist schon gewöhnungsbedürftig. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist mein persönliches Fazit. Für mich wäre eine Trockentrenntoilette nicht so wirklich das wahre. Hat verschiedene Gründe, hat auch hygienische Gründe für mich persönlich. Aber das ist wirklich Geschmackssache, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ich bin eher bei dem Thema. Selbst bei der Sitzprobe bin ich hier einfach, finde ich, besser aufkommen. Und ist einfach angenehmer. Also, Leute, ich schalte dann mal ab. So, ja, jetzt haben wir mal das Thema Glesana C1 durchgespielt und haben das Ganze durchleuchtet, durchforstet. Ich habe euch versucht näher zu bringen, was der Einsatzbereich ist, dass ihr euch vorstellen könnt oder rauskristallisieren könnt. Ist das die richtige Toilette für mich, ja oder nein? Ich glaube, für ganz viele von euch ist es die richtige Toilette, weil sie einfach einen ganz, ganz breiten Einsatzbereich hat. Und ich jedenfalls für mich weiß, ich werde sie ausprobieren, genauso wie der Markus, Fan4Van. Ich freue mich heute schon drauf. Wir werden natürlich nochmals ein Einbauvideo davon machen, detailliert, damit ihr genau wisst, was da auf euch zukommt. Wir werden auch verschiedene Einbausituationen verfilmen. Dazu brauchen wir natürlich erst noch ein paar Autos, wo wir das dann auch euch zeigen können. Das erste wird sein von meinem Auto, weil diese Toilette werde ich bei mir als Testobjekt verbauen und dann auch für euch testen. Und euch da natürlich berichten und mitnehmen, natürlich nicht währenddessen, und euch meine Erfahrung dann mitteilen. Ich kann euch aber nur sagen, und ich habe auch mit Markus, Fan4Van, da schon mal drüber gesprochen. Also für seinen Einsatzbereich ist es echt genial für ihn und er ist mega happy damit. Was ich nur bestätigen kann, was ich bis jetzt erfahren, gehört und erlebt habe und was ich mir auch vorstellen kann. Und dahingehend freue ich mich schon sehr, wenn auch ich die in meinem Fahrzeug habe. Einen kleinen Wermutstropfen muss ich euch aber hier gleich mitteilen. Und zwar, wir wissen, durch die Pandemie, durch Corona und durch das ganze andere Theater mit Containerteuer und bla 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 und Materialverknappung, haben wir ein kleines Problem, dass die Glissaner-Auslieferung sich verzögert hat. Und zwar aktuell ist der Stand Mitte, Mitte, Ende April, wo es dann letztlich losgeht mit der Auslieferung. Ich finde es okay, mich stört das jetzt nicht so gravierend, weil ich denke, mei, vor, keine Ahnung, Juni, Juli, August fährt man sowieso nicht groß in Urlaub. Wir müssen ja auch alle noch ein bisschen was arbeiten und ansonsten für die, die sie wollen und noch nicht ganz arbeiten oder nicht mehr so viel arbeiten müssen, bitte ich halt einfach noch ein bisschen um Geduld. Wir sind dran, wir haben auch unzählig viele bestellt, damit wir wirklich den Ansturm dann auch bewältigen können. Was heißt den Ansturm? Damit wir dann auch wirklich genug haben, so muss ich sagen. Und da haben wir wirklich viel, viel, viel bestellt, damit wir da richtig palettenweise dann die Toiletten auch da haben, damit wir da nicht im Vorzug geraten, sondern die dann auch wirklich lagermäßig hier bevorraten können. Das ist der einzige Wermutstropfen, der aktuell ein Thema ist, aber ich glaube, wir haben schon Januar, Februar, März kriegen wir noch rum und dann ist es ja schon soweit. Und das, glaube ich, kriegen wir alle gebacken. Ja, in dem Sinn, wenn noch Fragen sind, bitte tackert in die Kommentare. Da freue ich mich unwahrscheinlich drauf, was das Thema betrifft. Sagt mir auch gern eure Meinung. Auch da sind wir natürlich immer dafür da und freuen uns über anregende Diskussionen. Auch freue ich mich natürlich über ein Like, genauso wie über ein Abo von euch. Wie sagt der Markus immer, wenn ihr verrückt oder richtig crazy seid, dann drückt ihr auch auf den Abo-Button. Das finde ich ganz cool. Nein, aber es ist wirklich schön, weil dann verpasst ihr hier nichts. Und es geht ja auch darum, dass wir immer wieder vieles Neues, gerade im Campingbereich, anpreisen, antesten für euch. Und damit ihr eben da nichts mehr verpasst, einfach abonnieren den Kanal. Dann bin ich immer da, wenn ihr was sucht und dementsprechend was wissen wollt und könnt ihr mal nachgucken und so weiter. Und ihr seid immer auf dem aktuellen Stand und erfahrt auch immer neue Dinge. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit. Und ja, was sagt man jetzt in dem Fall? Ne, ich verkneife mir das jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage herzlichen Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.